Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf Smarana Live. Mein Name ist Monika Niriana Kardinal und ich bin Bioenergie-Therapeutin und Heilerin. Und wenn du dich für Bewusstseinserweiterung und für heilende Botschaften aus der geistigen Welt interessierst, dann bist du hier genau richtig. Am besten du abonnierst meinen Kanal und aktivierst die Glocke. Denn über die Glocke wirst du immer informiert, wenn ich einen Livestream gebe. Zu diesem Livestream sind wir über den Chat verbunden und ich gehe dann auch auf deine Fragen ein und beantworte diese live. Ja und dann gibt es noch die Kanal-Mitgliedschaft. In der Kanal-Mitgliedschaft bekommst du besondere, exklusive Vorteile und kostenlose Angebote, welche du nutzen kannst. Ja und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude auf meinem Kanal. Wir sehen uns sicher zum nächsten Livestream. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.